Rechers der Gametes heute probieren wir, aus Weihlössen Weihlnüßöl herzustellen. Zuerst können wir die Nüsse befreien von der Schale. Dann machen wir die Nüsse in den Nixer, schalten ihn an und wird aus den Nüssen Pulver. Dann holen wir unser Panasonica. Ihr kennt ihn ja schon alle. Dann machen wir dort den Pulver rein von den Nüssen und machen ihn einfach da an. Und dann soll hier rauskommen, aber wir wissen es nicht. Deswegen nehmen wir auch von Video auf. Jetzt machen wir die Kerne ins Glende rein. Glende ist heiß. Und dann holen wir das Auto machen und machen ihn wieder. Und dann kommt es auf. Und dann einfach raus und machen einfach. Und dann verschwenden wir den Boden mit. Und dann stellt er den Boden und wir noch mal sch sitzen auch rein. Jetzt machen wir den Blender an. Jetzt haben wir den Mixer, das alles schön verkleidet. Jetzt holen wir den Entsafter und schütteln den Pulver ins Entsafter rein. Jetzt schließen wir dieses Gehälter an. Jetzt öffnen wir das Gerät. Statt Öl haben wir Wein-Los-Butter gemacht. Hier ist es und hier klingt etwas. Das meiste. Aber das schmeckt. Butter und Butter. Und das ist unser Butter. Also kann man schauen, wissen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen, schüttet den Daumen nach oben, viele Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!